Palms ist ein Maschinenbauhersteller aus Estland. Heute ist Palms der größte Hersteller von Forstanhängern und Forstkränen in Europa. Diese führende Position haben wir durch hartnäckige Arbeit und stetige Produktentwicklung erreicht. Stranex Stahl erlaubt es Palms, eine einzigartige Kombination aus wesentlichen Produktmerkmalen anzubieten, wie zum Beispiel ein geringes Gewicht und Langlebigkeit bei seinen Wägen. Untertitelung des ZDF, 2020 Alle Palms-Produkte erhalten zunächst eine EPO-Grundierung per Kataphorese, bevor sie anschließend pulverbeschichtet werden. Eine qualitativ hochwertige Oberflächenbeschichtung hält Rost fern und garantiert dem Produkt einen höheren Wiederverkaufswert. Palms ist der erste Hersteller im Forstanhänger- und Forstkräne-Segment in Nordeuropa, der KTL- und Pulverbeschichtungstechnik anwendet. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 25 Jahre an Erfahrung und über 25.000 zufriedene PAMS-Kunden. Einfach gute Maschinen und mit Leidenschaft hergestellt. PAMS